Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Together DayZ mit mir TorvoLP, mit dabei ist der ZetoLP, der Mindsplex und der Mike. Servus. Also ich will nichts sagen, ne, Pascal, aber ich denke, der wird zurückkommen. Was? Ich denke, der wird zurückkommen. Oh ja. Äh, da ist Patient Zero. Äh, ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und da oben, ja, da oben bist du. Was hast du für eine Waffe? AK. Warte, das gucken wir uns mal genauer an. Aha, so. Ich sehe, dass sie ihren Bart nicht ordentlich, äh, hier, äh, sich rasiert haben. Ja, das geht überhaupt nicht. Huch, wieso leckt das jetzt so auf einmal? Na, alles wieder gut. Wo bist du jetzt hingelaufen, Fabi? Wie viele Magazine habe ich? Habe ich immer noch mal ne 7 Magazine oder was ich hatte? Kirche. Ja, in der Tat, 7 Magazine. Aber kommen wir nicht zur Köche, gehen wir woanders hin. Wir müssen hier schnell irgendwie Sachen zusammen sammeln und dann irgendwie abhauen. Jo, ich laufe wieder zum Supermarkt. Wäre halt schon geil, wenn wir eine Map hätten. Das stimmt wohl. Ja, das ist jetzt nur ein Kompass. Rein aus Prinzip nämlich die Kompass. Oh, da kommt ein Zombie. Sag mal, kommst du runter vom Dach? Ja. Oh, da kommt ein Zombie. Ne, ich klappe nochmal die Wohnhäuser ab. Oh, leu. Alter. Überrasch mich nicht so. Okay, ähm, ja. Bin jetzt neben dem Supermarkt-Defense. Fabi wurde das letzte Mal netterweise erschossen. Was ich gar nicht wusste. Und, äh, ist jetzt deswegen irgendwo anders. Wo bist du eigentlich? Bielow. Bielow, okay. Und wo sind wir? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Loll. Loll, du bist das. Gott. Ich steh da mal so rum. Warte, wo ist denn Bielow? Ist das nicht hier irgendwo? Unten, oder? Ja, unten. Ist hier echt auch noch nichts gesprochen? Da ist Bielow. Ey, hier ist immer noch nichts. Was ist denn das? Bielow, das sind neun Kilometer, Bielow sind neun Kilometer von unserem Ort aus. Ja, findet man ein Auto, würde ich sagen. Ja, oder ihr. Wir hätten noch ein Heli. Ohne Sprit. Ja, dann tank den mal auf. Hey, hier ist ein Bahnhof. Ja, aber hier ist ja nichts gespawnt. Richtig, richtig. Cool. Spawnt hier Zeug? Ne, ne? Nö. Keins. Aber sieht cooler aus. Jo, auf jeden Fall. Zweite Klasse. Sehr schön. Scheiße. Was? Erinnert ein bisschen an Metro von Battlefield. Naja, ganz entfernt. Nur weil ich mit Waffen an einem Bahnhof stehe. Ist er da? Ne, ne, das ist ein Rucksack. Gott, ich dachte da steht jemand. Oh mein Gott, da liegt dein Rucksack. Feindlicher Spieler. Wo bist du jetzt? Ja, da ist, ich dachte da hockt jemand. Ne, warte mal kurz. Wir können aber eigentlich, 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 eigentlich. Bielow, 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 mal hier vielleicht hin. Das dürfte nicht ganz so weit sein. Wieder zum Airfield. Ich folge dir. Das sind 4,9 Kilometer. Das ist ja auch nicht gut. Gucken wir mal. Hier oben gab's noch ein Airfield irgendwo. Da gab's noch ein Airfield. Äh, wir sind Solo... Bist du jetzt gerade da reingegangen? Solo Pol 2 oder so. Oh, oh, der will nicht. Der Typ ist wieder da. Das sind 4,7 Kilometer in die Richtung. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist vor dem Supermarkt. Ich folge dir. Ne, 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 warte mal eine Sekunde. Ich will kurz rausfinden, wo wir sind. Sevastopol, hast du gesagt? Vor dem Supermarkt. Ah, scheiße. Irgendwie sowas, ja. Ja, Sevastopol, genau. Perfekt. Sevastopol. Ähm, dann laufen jetzt entweder einmal über den Schneeberg oder... Auch, ne, lassen wir lieber zu dem Airfield gehen. Keine Lust jetzt über den Schneeberg zu laufen, um mich zu, zu erkälten. Ja. Ist echt besser. Also wir müssten jetzt irgendwie vier, fünf Heatpacks mitnehmen. Hab ich eigentlich inzwischen einen Rucksack? Hier ist noch ein Checkpack, Pascal. Hab ich tatsächlich nicht. Ja, wo denn? Ich glaub nur, bei deinem Musiker, den ich ver- scheiße auszählen würde. Ja, in einem der Wohnhäuser. Naja. Ne, man sieht ihn bei keinem scannen. Du hast auch keinen auf bei dir, oder? Ich hab bei mir einen auf. Echt? Okay. Jo. Hast du den in Tschechien gekillt, Pascal? Ne, der hat mich abgeschossen, aber der hat nicht getroffen. Jetzt rennen wir tausend Sitzungen bis hinterher. Ich kann nicht schießen. Da hinten steht ein Auto. Dann komm doch in das eine Wohn- achso. Kommen wir zu den Wohnhäusern. Take-Auto. Bin gerade im Supermarkt, da war der Typ. Jo. Das sieht genau so aus. Ja, hast absolut recht. Der kann doch nicht mehr viel haben, oder? Wenn der jetzt schon auf dich geschossen ist. Wir könnten höchstens mal nach dem Eli hier schauen, aber wär irgendwie sinnlos eigentlich. Ja, Hubschrauber. Ich guck gerne danach, bloß bezweifle ich, dass einer irgendwo hier ist. Er ist ja da unten auf dem Marktplatz, aber nicht heil. Warte mal, wo bist du gerade, Pascal? Weißt du, was dem fehlt? Schaust du mal nach dem Auto? Wo ist der Typ? Ne, der war im Supermarkt, aber der ist da nicht mehr. Hat alles, ähm, fehlt alles. Achso, ja okay, dann äh. Was ist das? Take-Big-Jerry-Can. Jo. Soll ich's mal machen? Warte. Wie viele Plätze brauchen die? Ich brauch neun, neun Stück. Oh. Ich habe null frei. Und auch im Inventar nichts. Macht aber achtz-, ähm, achtzig Liter voll. Hast du, hast du eventuell irgendwie vielleicht neun Plätze? Irgendwo? Äh, wirst du, wirst du, wirst du drinnen? Hier in diesem, äh, nicht in der weißen, sondern in der braunen Lagerhalle. So, ja hier, ich bin, ich bin hin reingekommen. Achso, okay. Warte, ich schau mal. Äh. Hey, der Dicke Winchester, ohne Axt. Ja, ich kann sie mitnehmen. Sehr schön. Ne Winchester nehm ich an, brauchst du nicht mehr. Ne. Gut. Na gut, dann lass abhauen. Und ansonsten ist hier aber generell so ein Fass zum Auffüllen, ne? Da läuft einer. Von Brauners. Ich. Also Benzinen hätten wir theoretisch. Ich glaub, die ist voll. Ja, 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 die ist voll. Die kannst du glaub ich, aber die... Aber ich meine, du kannst die auch nicht mehr auffüllen, oder? Doch, die kannst du jetzt wieder auffüllen. Haben die wieder gemacht. Achso. Ja, die kann man auffüllen. Die Big Jerrycan. Lass uns um easy schauen. Echt? Cool. Ja, es hieß ja irgendwie, man kann die nicht mehr auffüllen, glaub ich. Und jetzt, gut, wenn man... Ja, das war... Das war mal ein Bug. Der irgendwie nicht aus, dass sie nicht mehr ging da. Bei der Superbank jetzt immer noch Leer Pascal. Ne. Da war ein... Eine Feuerwache, in die würde ich auch gerne mal rein. Vielleicht finde ich eine bessere Waffe als die Leanne fehlt. Was ist mit Essen? Was sehr schwer ist. Aber vielleicht finde ich eine bessere Waffe als die Leanne fehlt. 8 Essen, aber gar nichts zu trinken. Da war nichts zu trinken. Na, trinken habe ich. Ja, okay, gut. Lass mich irgendwie treffen. Ja, warte, ich geh noch kurz... zur Feuerwache. Schau du mal nach. Ja, Moment. Oder kommst du zur Feuerwache? Nur das Glas ist knapp gut. Nur das Glas. Was willst du schon wieder bei der Feuerwache? Nur das Glas. Wir gucken, ob da was Neues gespawnt ist. Jo, alles andere hat noch 20% mindestens. Hier sind Sandbags. Warte. Und... Lässt mal aus. Ohne... Kannst du mal die Big Jerrican reinfüllen? Hps. Mach ich grad. LOL. Der würde starten. Der würde starten. Sehr gut, dann... Wollen wir... Wollen wir rüberfliegen einfach grade? Wie viel Sprit hat er denn? Der hat... Also der... Der kommt locker bis dahin. Ich hol mal lieber noch mal eine. Okay. Kommt jetzt nicht zu uns? Doch, also doch. Wir fliegen gleich los. Ein Hochschrauber. Also so'n, äh... so'n russischen... russischen... Ja genau, Mi-17 kann schon sein. Wenn das... Wenn er das sagt. Das heißt mit... Das heißt mit mehreren Plätzen. Jaja, der hat... Also hinten kannst du so ne ganze Mannschaft reinpacken. Holy shit. Der hat zwei MGs. Holy drive, glaub ich. Äh... Zwei seitlich und eins hinten. Eins hinten und zwei seitlich, in der Tat. Äh, Fabio, wo bist du jetzt? Ne, der hat aber nur eins seitlich. Ne, eins links und eins hinten. Der hat keins, äh... Auf der Seite. Alter, aber geil. Er kommt doch mit her. Jaja, wir müssen nur noch bisschen Tank auffüllen. Aber das Problem ist, wenn ihr irgendwelche Teile habt, bitte nehmt sie mit am besten Scheiben und... Mainrotor und... Scrap Metal. Eigentlich alles. Alles, was du auch für Autos brauchst. Einfach mal mitnehmen. Außer vielleicht Engine-Parts. Die bringen uns nix. Mainrotor und sowas. Und Fuel-Tank, weißt du gar nicht, bringt einem Fuel-Tank was? Ja, bringt. Hörst du auch grad nen Hubschrauber? Jo. Sollen wir das Feuer eröffnen? Mit 30 Schuss brauche ich das gar nicht versuchend. Mit 70 Lee Enfield-Schuss? Ja, einfach... Bleib einfach aus dem Heli weg oder so. Hast du Box of Matches, Pascal? Ja. Das waren... NPC Helis, NPC Helis. Sicher? Die tun uns nix. Bist du sicher? Das sind drei Stück. Drei Stück hintereinander, die richtig hinauffliegen. Das sind drei Stück. Ja. Ja. Haben die geiles Loot dabei. Nö. Wo bist du jetzt? Wohin fliegen die? Fliegen die jetzt einfach mal nach... Sektor B oder was? Immer nur bei dem Boden. Ach, du füllst schon wieder auf. Alter. Die fliegen einfach überall rum. Sag doch, dass du wieder auffüllst. Okay, jetzt komm mal rein. Ja, Moment. Jetzt muss ich nur ganz kurz rausfinden, wo genau ist denn... dieses Ding, wo wir aufgefüllt haben gerade eben. Achso, hast du noch ne Makarov dabei? Ist das da gewesen? Wieso? Ja, weil ich doch da landen will. Ja, weil ich doch da landen will. Eine APS, die du gerne haben kannst. Achso. Steigst du ein? Was? Eine APS. Ich bin drinnen, ich bin hinten drinnen. Was ist denn das? Eine Pistole. Das ist genau in die Richtung, wo ich mit der hinteren Pistole schaue. In die Richtung, wir müssen mal fliegen. Warte, ich muss mal Autohover anmachen. Das geht ja überhaupt nicht. Der dreht sich einfach mal von alleine. Arsch. Ja, die Instrumente sind kaputt. Oh. Ähm. Das funktioniert. Das geht so scheiße. LOL. Will der mich verarschen? Wie kann ich denn das ausmachen? Was mach ich denn dagegen? Ja. Ja. Keine Ahnung. Dann gib mal ruhig zu. Was mach ich denn dagegen? Mein Autohover ist an und der dreht sich. Ja, die Instrumente sind kaputt. Du musst ihn reparieren. Leute, wir brauchen Scrap Metal. Jo. Oh Gott, kann ich den Manuel steuern? Nee, auch nicht. Der dreht sich jetzt die ganze Zeit. Ehrlich? Ja. Ich kann ja nicht... Ich kann jetzt nur Autohover machen. Ich drück keine Taste, ne? Ja, versuch nochmal zu landen. Versuch mal zu landen. Ja, du bist lustig. 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 Ja, du bist lustig. Lustig. Alter! Was ist da los? Ja. Alter, komm. Ja. Lieg mal höher. Höher. Dann spring ich ab. Äh, du hast kein Hubsch... äh, du hast kein Dings, glaub ich. Falscher. Bin mir nicht sicher. Ähm. Probier es auf. Auf gut Glück. Und wenn dann... Das ist so lächerlich. Ich warte mal noch ne Sekunde, bitte. Probst du mal aus. So, jetzt probier es halt. Ich kann dir nichts versprechen. Ja, bin hier. Trotzdem könnte er aber uns fahren. Naja, okay. Viel Glück. Viel Glück. Doch. Ja, ich hab einen. Sehr schön. Okay, ich versuch zu landen. Aber ich glaube nicht, dass ich es hinkriege, um ehrlich zu sein. Jo. Ich mach jetzt einfach mal Autohover aus. Und versuch mal einfach so jetzt zu landen. Indem ich mich die ganze Zeit nach rechts... Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Wie geht's gut? Äh, ich bin ein bisschen vom Kurs abgedriftet. Warte mal. Was ist passiert? Du fliegst aber und drehst dich im Kreis, oder? Ich dreh mich die ganze Zeit im Kreis. Und ich kann nicht aufhören. Die ganze Zeit. Ja, und wie konntest du denn abgeben, wenn du das ganze ganze Zeit willst? Naja, ich bin langsam angefangen zu drehen. Und dann immer schneller, immer schneller, immer schneller. Richtig. Oh Gott. Ich werd eh abstürzt. Naja, ich mach jetzt halt mal. Nur teurer. Wenn es zu gefährdet wird, fliegt vielleicht hoch und schnell raus. Ich denke, da war alles rot. Da war... Ne, das ist alles rot. Nur ich kann halt stauern. Ach so. Okay. Richtig. Ach, kann der jetzt mal aufhören sich zu drehen? Ist der irgendwie behindert? Dann wird man ja schlecht fallen. Warte mal. Man kann ja seit dem ersten Update auch alles abbauen von anderen Ausländern. Andere Sachen anbauen. Ja, oh man. Weißt du, kann ich hier aber nicht machen. Der Strap Buggy, äh, Strap Buggy ist da ganz schön. Was will ich hier denn mit dem Strap? Na okay. Alter, wenn ich noch höher fliege, alter, dann dreht er sich ja immer noch schneller. Alter. Alter. Geh mal ab jetzt. Bist du immer noch bei den Wohnhäusern? Ich will nicht rausspringen. Häusern aber nicht. Warte, wir machen jetzt mal Autohäuser aus. Vor allem, ich hab jetzt auch nicht unendlich tankt. Versuch das Ding hier ein paar Ecke umzusetzen. Das ist ein Sprechner erst mal. Ja, wie bist du denn? Wir sind doch eben. Alter. Ich bin da auch, aber ich bin da nicht. Scheiße. Was? Draußen? Ja. Ich bin bei mir hier rumfliegt. Ja, ist witzig, ne? Ja. Ja. Ähm. Ja. Dann hast du Wurzeln? Ja. Alles klar. Hier war auch noch Sabino. Ja. 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 Ich hab ja gerne das alles mit da oben noch gelb... genommen, aber ich glaube es noch nicht ein bisschen diskret. Ja. Doch fangst du warte. Ja. Ja. Jetzt fang ich mich wieder an zu drehen, ja Junge. Hör auf. Bei mir ist es weg, jo. Ich bin einfach runter. Ja. 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 Warte, 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 warte. Ich muss da aufpassen wegen den Bäumen und so. Ist ja witzig. Also irgendwie... Also ohne Scrub-Metal, also ohne Instrumenten wird das... Ach, das ist nur wegen dem... Das ist nur, weil ich Autohover angemacht hab. Deswegen ist das so schlimm. An sich fliegt der. Okay, jetzt doch wieder ein LSF. Ja, egal. Ja, also nee, ich weiß nicht, aber sobald ich Autohover anmache, dreht er sich auf jeden Fall wieder so wie so'n Spast. Ach so, ja. Ja, der fliegt doch ohne Autohover. Ja, ja, aber ich kann ja nicht landen ohne. Das kann man nicht. Klar. Naja, äh... Wenn du sterben willst, schon. Das ist eigentlich einfach. Weil ich geh noch mal ganz kurz runter. Oh Gott, ich komm. Also, ich werd wahrscheinlich gleich abstürzen und einfach explodieren. Hast du schon bald noch mehr da? Ja. 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 Na, im 1911. Ich werd noch warm. Nee, nee, nee. Ist auch so. Ist auch ohne. Oder hab ich ihn an? Nee. Ist aus. Wie gesagt, ne A4S kann fahren. Versuch's an einem Kempfattröp. Oh. Dann spring raus. Da vorne ist noch ein anderer Hebel. Klar steht hier aber... Okay, gut. Wo bist du jetzt hingehören? An der Straße weiter? Ich hab noch nicht gefunden. Verdammt. Total wahr. Siehst du, dass ich mich hier drehe? Das ist unmöglich. Ja, ja, ja. Wo bist du? Oh Gott. Ich steh'n hier an. 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 Jaaah. Weißt du, dass die da福el geht. Oh, je.